Musik Ich begrüße euch recht herzlich zu unserem 10-jährigen Jubiläum hier an der Götze, unserem 10. Kreiskinder- und Jugendfeuerwehrtag. Ich kann mich noch gut an die Worte unseres Innenministers erinnern, als Holger Starklecht hier oben stand und sagte einmal, das gibt es nur einmal. Das waren seine Worte zur Eröffnung, das gibt es nur hier, das ist einmalig in Sachsen-Anhalt. Und das trifft genau den Kern. Mittlerweile begehen wir den 10. Kreisjugendfeuerwehrtag. So ist es der Feiertag der Kinder- und Jugendfeuerwehren zu einem festen Bestandteil unserer Stadt Bitterfeld-Wolken geworden. Ein fester Bestandteil zum Tag der Einheit. Und ich denke, wir haben hier gemeinsam, alle, wie wir hier stehen und alle, wie wir den Tag vorbereiten, dazu beigetragen, dass das 10 Jahre lang so ein Erfolg wird. Danke, möchte ich sagen, für eure Teilnahme, für eure Unterstützung. Ohne euch wären solche Jugendtage, dass wir 10 Jahre das geschafft haben, nicht möglich gewesen. Herzlichen Dank dafür und danke für eure Treue. In diesem Sinne wünsche ich allen Teilnehmern viel Spaß, den Besuchern und Gästen viel spannende Eindrücke von unserer Jugendarbeit in der Freiwilligen Feuerwehren. Vielen Dank. Applaus 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.